ja moin moini guten tag und herzlich willkommen zum nächsten update der nächste wochenplan und ja wie ihr schon seht der ist ein bisschen leer aber es hat auch eine besonderheit denn diese woche ist ja unser community treffen mit ein paar leuten von twitch und ja unter anderem war ich diese woche dann jetzt auch ein bisschen krank und bin nicht so wirklich zu viel gekommen das heißt das ist jetzt erstmal das was ich nächste woche geschafft habe ich weiß es nicht viel aber es wird auch wieder mehr kommen und eventuell ohne es jetzt zu versprechen kommt ja noch mal ein update im laufe der woche dass ich am ende der woche vielleicht nochmals ein oder andere video noch mal nachschieben nachträglich schauen wir mal aber ja wie gesagt bin jetzt zu dieser woche wirklich zu wenig gekommen auch auf twitch bin ich ja nicht wirklich online gewesen und jetzt halt das treffen das heißt da geht ein bisschen zeit ins land aber ja gut ich hoffe ihr verständnis dafür und ansonsten sehen wir uns ja in einem der beiden videos diese woche oder vielleicht in einem weiteren was eventuell noch folgt wie gesagt keine versprechung und nächste woche hoffentlich wieder ein bisschen mehr schauen wir mal bis dahin habt eine schöne woche macht's gut bleibt grün und tschau tschau